Polen hat die strengen Quarantäneregelungen für Rückkehrer gelockert. Bürger, die in einem der Nachbarländer Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren, müssen sich seit heute nicht mehr in eine 14-tägige Isolation begeben, wenn sie wieder ins Land wollen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für Menschen, die einen medizinischen Beruf ausüben oder in Pflegeeinrichtungen tätig sind. Für Ausländer bleiben die Grenzen Polens bis zum 13. Mai geschlossen.